Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bloodborne. Weiter geht's. Verbotener Wald. Da geht's weiter. So. Ich habe ja jetzt eine andere Abkürzung freigeschaltet. Die ich auch nutzen will. Danke für die Wutfjolen. Einfach hier durchrennen. Ich habe ja diese Abkürzung nicht umsonst geholt. Ich habe ja diese Abkürzung nicht umsonst. 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 Ich muss mich erstmal hier wieder zurecht finden Ich höre doch hier eh wo ein Schwein Hier sind ziemlich viele von denen Verrinnender See Wieso guckst du da da? Danke für die Mewfiole Wieso guckst du da? Nödes Feuer Du hast ihn da rausgestackert Schärfer Blut-Edelstein? Okay Na wo geht's denn hier hin? Ja den Ort hier nicht vergessen Hm? Ja? 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 Hui! Rechtsläufig am Meter Okay Das da oben ist übrigens auch eine Abkürzung Aber da muss man an allen Gegnern vorbeilaufen Beilauf Die glaube ich auch besser so ist Ich glaube sogar dass man Dass man hier Von hier erstmal nicht durchkommen Hätte kommen können Da muss ich den Weg erstmal merken Oh ja Boss time Oh ja So, weg mit dir Einer schon mal weg Nur deine Feuerbälle Nur deine Feuerbälle So, weg mit dir Die haben die alle Techniken nicht mal verwendet Juhu Weil sie können ganz große Schlangen beschwören Oh, die Attacke macht weh Ich sag, die tut weh Oh hot Woooo, das war knapp Für irgendwas Erstmal zurück zum Traum Willkommen daheim, was wünscht Erstmal die Blutex ausgeben Ein bisschen Geschick Habe ich noch irgendwas im Im Hintergrund Nein So, ein bisschen Waffe reparieren Okay Das ist ganz gegen Wahnsinn Das erhöht die Ausdauer Erhört die GP Okay Moment, auch Leben ist damit gemeint Na Auf noch irgendwas Was? 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 Das war's für heute. Oh, die halten das aus. Liegt hier noch irgendwas rum? Ich glaube nicht. Das war's für heute. Hm, die geben Silberkugeln. Hä, überraschung. Verdämmte. Nicht von dieser Seite. Okay. Ah, den Gegner kennen wir schon da. Wow. Du runter in Feuerwelle. Ow. Nicht normal. Großartige Weisheit. Okay. Oh, hi. Beruhigungsmittel. Okay. Und hier ist die Abkürzung. So, greift bedienen bitte. Hier ist die Kiste. Perlenschnecke. Und jetzt wird's schwierig. Weil hier ist ein Jäger drin. Und damit. Nimm das. Und jetzt wird's. dem das so nem das oh man wei hier ist noch ne kiste auf jeden Fall der Kampf hätte ganz schön schief gehen können besonders bei dieser einen Technik einmal die ich durch die Treppe da blockiert habe so 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 weg mit dir hier ist noch ne kiste so 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 erstmal die ganzen Spinnen auseinander bringen So Hallo Rom Oh hi Diese Spinne da Die kam überraschend Mit dem Move haben sie mich überrascht Betbar da liegt doch was So Und hier mache ich jetzt erstmal einen Cut Und bis zum nächsten Part So